Schau mal, da draußen ist der Gardasee. Stimmt eigentlich. Ich dachte, da seien da ja Wolken, die neben die Wolken. Das waren alles schon Stellungen im Ersten Weltkrieg, Felix. Ich dachte auch aus dem Zweiten. Nee, er hat Erste Weltkrieg. An dem unteren Teil, musst du aufpassen, da bleibt ihm die Karabiner hängen. Also, hopp! Das war jetzt mal. Stimmt! Das war jetzt mal. Fast schon, das ist okay. Nicht so, komm. Das ist ja noch der angenehme Stau. Das ist ja noch der angenehme Stau. Das ist ja noch der angenehme Stau. Da geht es ganz schön runter. Das ist ja noch der angenehme Stau. 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 Wolfgang? Ja? Kommst du bitte zum Felix? Los. Du bleibst es. Das ist ja noch der angenehme Stau. Das ist ja noch der angenehme Stau.